herzlich willkommen für eine folge karte im thüringen wir ernten damit weiterhin auf 38 wenn man ein bisschen passaktoren leckung will nicht zuerst beginnen Ja, mit dem Stress hier, aber gut, geht alles, ne? Ich fand immer so geht, aber gut, geht nicht. Ja, aber er erzählt, nehmen wir eine Folge, eine Folge findet noch, also die Freitag, vor allem schon Freitag, ich war schon weiter gewesen. Gut, das kriegen wir auch noch mal eine Tatatur hin. Jetzt nehmen wir noch einen anderen Drescher, die meinen Fehler aus korrigieren. Licht an mir, da kann man sehen, die Frucht ist höher als das Feld, so das täuscht. Das ist so. Na, es ist da genug, kein Blatt mehr da. So, das ist offen, ich hab den noch nie aktiviert. Weil, denk mal, kriegen wir heute nicht mehr vor, der Folge. Und wenn, können wir noch aktivieren, ne? Gut, das klappt wenigstens. Dann ist das feiert auch gleich voll. Aber nachher weiter wissen wir, irgendwie, genau zum Schluss. Hättet ihr hier für den Stärkontakt annehmen sollen, damit schneller ist? Ah ja, gut, das ist ja auch nicht so schlimm. Der weiht wieder aus. Ich hab nur Glück, dass ich hier keine Ahnung drauf habe, wo ich jetzt auch noch eingebracht habe. Fahr mal so, dann können wir auch gleich auf dem Einsteigen. Und nacharbeiten machen. Wir werden nächste Woche mit Kalk weitermachen. Weil dafür dauernd abhaut und der Kurs für neu holen ist immer etwas ungünstig, weil der andere Weg steht. Unser... Ne? Geht nicht. Leckung geht nicht. Dann müsst ihr höchstens immer auf Spiel neu starten. Die Zoffe von Logitech neu starten, dann wird's vielleicht funktionieren. Neue. 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 Wenn der Regen kommt, das passt mir noch gar nicht. Gegen Mittag jetzt neune. Oh, voll voll viel Arbeit. Neue. Neue. Denn wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Dann können wir pflügen, dann können wir kalken. Kommt nichts gleich mehr vor. Das ist ja mit einem normalen Schneidwerk für Mais, macht er nur 10 kmh. Der andere ist 15. Aber für den Nacharbeiten reicht es aus. Guck mal, auch noch läuft nicht, läuft doch. Der nächste wird gleich voll von 80%. Versuche ich mal hier einen Helfer zu starten. Ja, Weizen. Das wäre weit geworden. Schlimm wäre gewesen, wenn ja zum Beispiel die Sonnenblumen die eine Reihe nicht reif geworden wäre. Also Wachstum kam heute um 4. Das heißt auf gut Deutsch. Der Kurs ist noch geladen, oder? Wo ist der andere wieder hin? Wo ist der wieder hin? Ach, da hinten. Nehmen wir den da. Geht ja mit Lenkung nicht. Auf Gas geht auch nicht. Ne, aber die Lenkung und Tastatur geht auch mal. Und da können wir ihn ja so stehen lassen. So, der nächste ist bei 46. Dann können wir ja mal hier um den kümmern. Ja, das ist ein normaler Helfer. Der kann nicht die Richtung hier nicht erkennen. Also hier haben wir eine freie Richtung. Also ich glaube hier ein 60 Winkler oder sowas. Ist ok, für den Helfer ist das nicht so gut. Vor allem wenn du unterbrechen tust. Wenn du den Helfer durcharbeiten kannst, dann geht's. Dann ist es wurscht. Aber wenn du mit, äh, ja, du brichst und abtacken, weil dann eine Spur ist, also eine Frucht, dann ist es schwierig, das wieder in die Richtung zu kriegen. Wollen wir mal nimm den GPS, dann macht's vielleicht gehen. Dafür noch mal eine Option. Mit GPS geht's. Hab ich aber nicht drauf. So, dann haben wir heute den Herbsttag. Naja. Das werden wir nächste Woche schaffen. Also im Grunde haben wir wieder angefangen. Auch gegen den Neuen entlob ich, ne? Müssen wir dann in die erste Folge einschauen. Gut, wir haben nachher schnell, man nachts muss auch schnell einen Sportrund, da kannst du ja gar nicht arbeiten. Ist doch viel zu dunkel. Dann müssen die Fahrzeuge mehr Licht kriegen. Wäre eine Option. Genau. Also, kalken, dann fliegen. Wird noch mit Zahmaschinen arbeiten, den kalken. Zuhörn, zwei Zuhörn, zwei Zuhörn. Zu Notmat 3. Dann kannst du vielleicht nachts rechnen. Kalk reicht sowieso nicht. Ich weiß nicht, wo noch ich. Keine Ahnung. Habe ich mir öfters hier gehabt. Düngen? Na, Düngen ist nicht so tragel. Düngen, da hast du eine ganz andere Reichweite. ist es voll da warten wir sind nicht mehr ab der hier ist was und dafür dort sonnenblumen verdorrt verdorrt verfault gerade ist reich geworden betrocknet haben wir glück für gras und das gras kommen ich bin hier gespannt so die prozent ja ist so ne könnte trocken reden sein also für düre und so das trocken ist ich würde immer spekulieren wollen wir nicht wenn es nicht mehr will dann geht es aber jetzt habe ich es mit einer abfahrer wo sie gespeichert habe also mehrere stellen nicht schön nicht gut aber nichts anderes 380 finanzielle prozent ja die waren 15 kamen haben wir uns an der geschwindigkeit die stecker verwendung oder online verwendung der erste online software aber das kann ja nicht rund sein gut der andere ist jetzt bei 27 prozent ja verdorben verdorben aber wir waren ja heute regen von gras ist gut aber gras geht heute nicht mehr ausgesehen also heutigen tag flügen wir müssen zwei geräten machen dann klappt das von der zeit her und karten auch noch und kalt zu problemen oder so probleme hat er denn jetzt einfach nicht so richtig müssen wir abfahrer automatisch machen jetzt werde er gehen wie ist denn nun fast fertig bin ich nahe arbeiten wo wir das auch gekauft haben hier im schneitwerk hatte ich das nicht vorgehabt aber Mais wenn wir Gras nicht rein machen auch hier dann müssen wir Mais ansehen das würde gehen und die anderen Fälle auch mal sehen viel Auswahl gibt es ja nicht weil Rüben und dergleichen schwierig muss ja auch weggefahren werden und verkauft werden gut verkaufen kann man kurz erwarten aber Rüben machen wir eh erst wenn der neuen Karte auch schon Update der Karte Erweiterung kann man auch sagen Ergänzung Fehlerbeseitigung werden sie natürlich auch kommen wir müssen uns da wie gesagt einfallen lassen dass wir uns hier auf um die Fruchtfolge besser hinzukriegen auch noch Kartoffeln und Rüben kleben werden und dann werden wir auch auf sechs Tage überspringen da haben wir mehr Luft aber das machen wir eher zur neuen Saison so sechs Tage müssen wir gar nicht spielen so der nächste ist voll Entschuldigung oh der ist auch voll mehr oder weniger natürlich wie ein frei noch ein vergessen aber hier klappt das doch da müssen wir hin das ist heftig wenn wir gleich einen zweiten Anhänger voll machen oder gehen wir mal rein okay da ist da ist da ist da ist fast voll So liebe Zuschauer, das war's für heute und seid mal Füße, Winke, Winke. Ich hoffe es hat euch gefallen, danke fürs Reinschauen, ihr seid mal Füße, Winke, Winke, bis hoffentlich, denkmal, nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.